Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema. Was ist R? R ist eine Programmiersprache für Statistik und für die Visualisierung von Statistik. Es ist eine freie, kostenlos verfügbare Programmiersprache, die unter der Lizenz GPL steht. Er ist mit der Programmiersprache S kompatibel, wurde 1992 entwickelt und zum ersten Mal 1993 veröffentlicht. R findet man auf der Website www.r-project.org. R gibt es für verschiedene Plattformen, für macOS, Windows, und Linux und läuft in der Kommandozeile. Bei Linux Mint wird er wie folgt installiert. Man geht ins Menü, Systemverwaltung, klickt auf Synaptic Paketverwaltung, gibt das Passwort ein und sucht nach dem Paket R-Base. R-Base. Dann mit der rechten Maustaste anklicken. Zum Installieren vormerken. Dann bestätigen mit Anwenden. Anwenden und dann warten bis das Paket bzw. die Abhängigkeiten installiert sind. Okay, installiert und das war es dann auch schon. R ist nun verfügbar auf dem System und kann in der Kommandozeile dann laufen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück. Vielen Dank.